Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Dr. Jürgen Rüttgers, hat heute in Hamm seine achte NRW-Rad-Tour beendet. Er durchreiste verschiedene Stadtgebiete, besuchte markante Punkte in unserer Stadt. Unser Mitarbeiter Thomas Walter sprach mit dem Ministerpräsidenten. Herr Ministerpräsident, heute ist der letzte Tag Ihrer Heimat-NRW-Tour, die Sie ja schon seit 2000 letztlich machen. Im Hintergrund sehen wir den Glaselefanten von Hamm, das Wahrzeichen von Hamm. Und Sie wissen ja, der Elefant ist berühmt dafür, dass er ein gutes Erinnerungsvermögen hat. Wenn Sie jetzt nach Hause fahren, welche Erinnerungen nehmen Sie sozusagen von Hamm mit? Hamm ist eine Stadt, die Sie in den letzten Jahren unglaublich gut gemacht hat. Nicht nur hier auf diesem wunderschönen Gelände der ehemaligen Gartenschau, nicht nur mit hier dem Elefanten. Hier waren wir übrigens schon mehrfach. Hier bin ich sogar schon mal mit Journalisten aus Düsseldorf hingefahren, um denen das zu zeigen. Insofern bin ich immer wieder begeistert, vor allen Dingen im Moment auch über die Dinosaurier-Ausstellung. Ja, da geben Sie mir das Stichwort Dinosaurier-Ausstellung. Da muss ich jetzt persönlich an einen Buchtitel denken, Dinosaurier der Demokratie. Ein Buch, das Sie vor Jahren mal geschrieben haben. Man unterstellt ja auch heute, dass die Volksparteien quasi auch so eine Art Dinosaurier sind. Wie sehen Sie eigentlich den Zustand der Volksparteien in Deutschland? Ja, Sie können ja bei der SPD sehen, dass sich der Charakter der Volkspartei bei denen schon fast verflüchtigt hat. Mir macht das Sorge. Nicht, weil ich da jetzt mit Freude drauf schaue, sondern das wird natürlich auch für die andere Volkspartei CDU-Konsequenzen haben. Man merkt das ja auch an der Frage, was in der Großen Koalition geht, was nicht geht. Ich glaube, dass wir persönlich eigentlich alle ein Interesse haben müssten, dass es weiter Volksparteien gibt, sowohl auf der Linken wie auch in der Mitte. Weil das sorgt für Sicherheit, das sorgt für Stabilität und sorgt dafür, dass nicht so schnell, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, hektisch reagiert wird. Ja, Sie haben sich heute unter anderem auch das Kleistforum angeschaut, wo also Stadtbücherei, Fachhochschule und also im Bildungsbereich viel passieren soll. Und jetzt ist gestern auch eine Umfrage in Auftrag gegeben worden oder veröffentlicht worden, besser gesagt, von Infratest DIMAP, dass zwei Drittel der Bürger in Nordrhein-Westfalen für das gegliederte Schulwesen sind. Wie bewerten Sie dieses? Ich habe mich sehr gefreut, als ich dieses Ergebnis gehört habe. Es gibt ja schon seit Jahrzehnten einen Streit über die Frage, ob das Gymnasium, die Realschule, die Hauptschule aufgelöst werden soll und eine Einheitsschule geschaffen werden soll. Die Bürger in Nordrhein-Westfalen wollen das nicht. Was sie wollen ist, dass jedes Kind seine Chance bekommt, auch eine zweite Chance, wenn es notwendig ist. Und das ist ja genau das, was wir versuchen. Wir haben von Seiten der Landesregierung inzwischen schon über 5000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Wir investieren massiv in den Ausbau der Ganztagsschulen, damit diejenigen, wo die Eltern zu Hause nicht helfen können, nicht schauen können, was mit den Hausaufgaben ist, dann die gleiche Förderung bekommen. Also insofern versuchen wir, die Probleme, die die Leute sehen, die verbessert werden müssen, Schritt für Schritt zu verbessern. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir schaffen das. Dann waren Sie heute beim Schacht Franz. Also da streifen wir den Punkt auch Energie. Im Jahr 88 wurde hier in Hamm das AKW geschlossen und auf absehbare Zeit wird der Bergbau hier auch auslaufen. Nur ist heute auch eine Forsa-Umfrage veröffentlicht worden, dass ungefähr die Hälfte der Bürger für die Verlängerung der Laufzeiten von AKWs sind und die andere Hälfte dagegen. Wie stehen Sie eigentlich zu der zukünftigen Entwicklung unseres Energiemarktes? Ich glaube, dass wir, weil wir ein Industrieland sind und weil wir ein Industrieland bleiben wollen, auch Energieland sein müssen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger abhängig sind von Öl und von Gas. Das heißt, wir brauchen das, was wir an Möglichkeiten hier haben, sei es regenerativ, sei es Wind, Wasser, Solar, aber auch die Braunkohle. Und wir werden natürlich auch weiter Steinkohle haben, zwar als Importsteinkohle aus Kostengründen. Das brauchen wir. Deshalb muss das Kraftwerkserneuerungsprogramm fortgeführt werden. Ich glaube auch, dass es nicht richtig ist, dass wir jetzt aus der Kernenergie aussteigen. Das treibt nur die Energiekosten noch weiter in die Höhe. Kernenergie ist eine Übergangsenergie. Aber einfach jetzt die Tore zuzumachen, halte ich für falsch. Noch was Persönliches vielleicht. Sie haben ja jetzt auch bald richtig Sommerferien. Wie und wo verbringt Jürgen Rüttger dieses Jahr seine Sommerferien? Also immer mit meiner Familie. Ich bin froh, dass alle drei Jungs dabei sind. Das wird wie immer seit 30 Jahren in Frankreich sein. Und verbringen tue ich das, indem ich viel lese, viel schwimmen, viel spazieren gehe. Auch einfach in der Familie mal spielen, irgendwas, Romeo oder Canasta. Also wie die meisten Leute. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Dankeschön. Alles klar. Servus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.